Und hier sind wir nun bei der Nückelharpa, dem Funkinstrument aus Schweden. Und wie schon erwähnt, eine Art Geige mit Schreibmaschinentastatur. Ihr könnt überlegen, was eine Schreibmaschine war. Auf jeden Fall hat sie sich Tasten. Auch hier werden die Tasten an die Seite herangeschoben. Dazu Resonanzsalten, die den Ton verstärken. Und wir machen uns auf eine kleine Reise mit einem Rheinländer. Und wir machen uns auf jeden Fall. 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 Und wir machen uns auf jeden Fall.